Schütze! Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Erwarte, dass du heute eine herzliche Nachricht von einem engen Freund oder einem romantischen Partner erhältst, die ein Highlight für dich sein könnte. Diese herzliche Nachricht kann deine Stimmung heben, besonders wenn du mit der Enttäuschung über einen verspäteten Brief oder ein Paket zu kämpfen hast. Auch ein älterer Verwandter oder Nachbar könnte dich um Rat fragen, was dir ein Gefühl von Gemeinschaft und Verbundenheit gibt. Auch Kinder sind in dieser Zeit eine Quelle der Inspiration und Freude, da du dich auf ihre Sichtweisen und Energien einstellen kannst. Genieße diese Interaktionen und die einzigartigen Einsichten, die sie dir vermitteln. Du kannst einen gesunden Lebensstil beibehalten und dich trotzdem an sozialen Aktivitäten beteiligen. Wenn du zum Beispiel versuchst, den Koffeinkonsum zu reduzieren, entscheide dich für Kräutertee, wenn du dich mit Freunden zum Kaffee triffst. Ebenso kannst du dich bei einem Pastaabend für mehr Salat entscheiden, um deine Mahlzeit ausgewogen zu halten. Jede Entscheidung, die du im Laufe des Tages triffst, kann zu deiner allgemeinen Gesundheit beitragen und kleine Anpassungen im sozialen Umfeld können dir dabei helfen, deine Wellnessziele zu verfolgen, ohne auf schöne Momente mit Freunden verzichten zu müssen. In Momenten der Ungewissheit ist es wichtig, dich auf deine Intuition zu verlassen, anstatt dich im Grübeln zu verlieren. Deine Instinkte sind jetzt besonders stark, also vertraue ihnen, um deine Entscheidungen zu treffen. Unentschlossenheit kann ein großes Hindernis sein, aber du kannst sie überwinden, indem du auf deine innere Stimme hörst. Lass dich von deiner emotionalen Intelligenz leiten, denn sie wird dich wahrscheinlich auf einen Weg führen, der mit deinen wahren Bedürfnissen und Wünschen übereinstimmt. Zurzeit konzentrieren sich dein Partner und du vielleicht auf finanzielle Entscheidungen, insbesondere bei größeren Anschaffungen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um gründlich über die Produkte zu recherchieren, an denen ihr interessiert seid, und nach den besten Angeboten zu suchen. Wenn ihr euch Zeit nehmt, um genau zu verstehen, was ihr wollt, und nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, werdet ihr beide wahrscheinlich zufriedener mit euren Anschaffungen sein. Dieser kooperative Ansatz bei der Finanzplanung kann eure Partnerschaft stärken und zu klugen und lohnenden Investitionen führen. Heute stehen die Sterne günstig, um dich an die Schönheit der vorsichtigen Schritte zu erinnern. Es ist ein Tag, an dem sorgfältige Überlegungen zu deinem größten Verbündeten werden und dich dazu einladen, jeden Moment und jede Entscheidung mit Achtsamkeit und Anmut zu genießen. Nimm die Gelegenheit wahr, langsamer zu werden und die Feinheiten deiner Reise zu schätzen. Diese achtsame Herangehensweise wird dein Vorankommen nicht behindern, sondern deine Erfahrungen bereichern und es dir ermöglichen, Einsichten und Chancen wahrzunehmen, die dir sonst vielleicht entgehen würden. Denke daran, dass Vorsicht heute nicht bedeutet, dein Potenzial einzuschränken, sondern dein Bewusstsein zu erweitern und deine Verbindung mit der Welt um dich herum zu vertiefen. Lass den heutigen Tag zu einem Tag der sanften Entdeckungen und des nachdenklichen Fortschritts werden, der den Weg für eine Zukunft voller Weisheit und wohlüberlegter Triumph verebnet. Trotz des allgemein kommunikativen Charakters des Zwillingsmondes ist der heutige Tag überraschend ruhig, sodass du ein Gefühl von beständiger Zuversicht bewahren kannst. Durch die Konjunktion der Sonne mit Pluto im Steinbock wirst du ermutigt, negative Einflüsse aus deinem Leben zu entfernen. Dies könnte ein guter Tag sein, um dich von unproduktiven Gewohnheiten oder giftigen Situationen zu trennen. Außerdem fördert dieser astrologische Aspekt deine Kreativität und bietet eine gute Gelegenheit, deine künstlerischen Talente zu erforschen und zu entwickeln. Nutze diesen Tag, um dich auf kreative Projekte und persönliches Wachstum zu konzentrieren und die unterstützende kosmische Energie zu nutzen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Taro-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Taro-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Das As der Stäbe steht in dieser Deutung für den Beginn neuer Unternehmungen, die voller Kreativität und Potenzial sind. Diese Karte ist ein starker Indikator für einen Anstieg der kreativen Energie und deutet auf den Beginn von Projekten oder Initiativen hin, die dich sehr interessieren. Sie deutet darauf hin, dass es jetzt an der Zeit ist, mutig zu handeln und neue Chancen zu ergreifen, die sich bieten. Das As der Stäbe ermutigt dich, auf deine Intuition und dein Bauchgefühl zu vertrauen, denn sie werden dich wahrscheinlich zu Unternehmungen führen, die mit deinen wahren Leidenschaften und Wünschen übereinstimmen. Diese Karte ist ein Aufruf zum Handeln und fordert dich auf, diese Energie und diesen Enthusiasmus zu nutzen, um deine Ambitionen und Ziele zu verwirklichen. Die Karte Stärke symbolisiert die Präsenz von innerem Mut, Widerstandsfähigkeit und emotionaler Stärke. Sie zeigt an, dass du über eine innere Quelle der Stärke verfügst, die ausreicht, um alle Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden, die dir begegnen könnten. Diese Karte erinnert dich daran, dass wahre Stärke oft bedeutet, dass du deine inneren Ängste und Zweifel, die metaphorischen wilden Tiere in dir, zähmen und kontrollieren musst. Sie ermutigt dich, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und Schwierigkeiten mit einer Kombination aus innerer Stärke und Sanftmut zu begegnen. Die Karte Stärke deutet darauf hin, dass du die Fähigkeit besitzt, Herausforderungen mit Anmut, Geduld und Willenskraft zu meistern, und sie betont, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten Mitgefühl für dich und andere zu haben. In dieser Legung steht der Magier für die Fähigkeit, deine Wünsche und Träume in die Realität umzusetzen, indem du deine Fähigkeiten und Ressourcen einsetzt. Diese Karte bedeutet, dass du die Macht in dir hast, deine Ziele zu manifestieren und dein Leben nach deinem Willen und deinen Absichten zu gestalten. Die Anwesenheit des Magiers erinnert dich an dein eigenes Potenzial und deinen Einfallsreichtum. Jetzt ist die richtige Zeit, um deine kreativen Fähigkeiten und Talente zu nutzen, um positive Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Der Magier rät dir, deine Gedanken, Emotionen und Handlungen in Einklang zu bringen und so eine Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele zu schaffen, die deine Fähigkeit, deine Wünsche zu verwirklichen, verbessert. Die heutige Tarot-Deutung kombiniert das Ast der Stäbe, die Stärke und den Magier und deutet auf einen Tag mit bemerkenswertem Potenzial und Stärke hin. Es zeigt an, dass du mit der Kraft ausgestattet bist, neue Projekte zu initiieren, Hindernisse zu überwinden und deine Wünsche zu verwirklichen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und gehe mit Zuversicht an deine Aufgaben heran. Nutze deine innere Stärke und Kreativität, um bedeutende Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Sei dir der Energie bewusst, die du projizierst, denn sie hat das Potenzial, die Realität um dich herum zu formen. Dies ist ein Moment, in dem du Veränderungen positiv annehmen und deinen Weg mit Enthusiasmus und festem Entschluss angehen solltest. Diese Lesung stellt eine aktuelle Momentaufnahme deines Lebens dar. Die Entscheidungen, die du triffst, und die Maßnahmen, die du ergreifst, werden das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Bleib offen für die Chancen, die sich dir bieten, und glaube an deine Fähigkeit, das Leben zu gestalten, das du dir vorstellst. Möge diese Tarotdeutung dir Klarheit und Orientierung geben und dir helfen, deinen Weg mit Einsicht und Zielstrebigkeit zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020